Ich denke an Omar al-Khattah, einen berühmten Satz von ihm, der sich Sorgen gemacht hat um ein Schaf im Irak. Was hat er mit Schafen im Irak zu tun? Er war Kalif in Medina, Irak ist hunderte Kilometer im Norden davon. Er hatte Sorgen, dass ein Schaf im Irak verhungert und Allah ihn danach fragen wird. Aber warum das Schaf im Irak? Weil der Irak zu seinem Gebiet zählt, zu dem, was seiner Verantwortung untersteht. Und er hatte Angst, dass Allah ihn fragt, warum er nicht dafür gesorgt hat, dass es diesem Schaf besser geht.